Der Steinbock-Mann wird gerne missverstanden. Viele deuten seine ruhige Zurückhaltung als Arroganz. Dabei haben Männer mit dem Sternzeichen Steinbock einen weichen Kern. Diese Eigenschaften machen sie so besonders. Erstens, er ist ambitioniert. Männer mit dem Sternzeichen Steinbock haben klare Vorstellungen von dem, was sie im Leben erreichen wollen, sowohl beruflich als auch persönlich. Sie verlieren nie ihre Ziele aus den Augen und arbeiten hartnäckig daran, diese zu verwirklichen. Zweitens, praktisch und realistisch. Steinbock-Männer bewahren auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf. Statt in Panik zu verfallen, gehen sie Probleme lieber praktisch an. Diese Ruhe strahlt der Steinbock-Mann auch nach außen aus, weshalb andere sich gerne Ratschläge bei ihm einholen. Drittens, Treue ist ihm wichtig. Steinbock-Männer sind von Natur aus eher misstrauisch und brauchen Zeit, um aufzutauen. Doch hat man die harte Schale einmal geknackt, ist der Steinbock-Mann wahnsinnig loyal, treu und zuverlässig. Das gleiche wünscht er sich auch von seiner Partnerin oder seinem Partner.